Mein Name ist Michael, ich arbeite seit 2007 bei der Firma Spallec als Ersparnungsmechaniker und stehe an der neuen DEMO 75 mit einem 18-fach Palettensystem. Es hat 120 Werkzeugplätze mit einer Bruchkontrolle auch integriert. Also wenn irgendwas abdreht, die Maschine bleibt stehen oder wechselt das Schwätzerwerkzeug ein. Das ist ja auch sehr vorteilhaft bei Grad bei Serien. Der Favavich ist in X 750 Millimeter, in Y 650 und in Z 560 Millimeter. Aktuell haben wir gerade zwei verschiedene Produkte aufgespannt. Einmal rechts das Pumpengehäuse, was in der Frühschicht gemacht wurde und links die Medizintechnik. Wir können an einer Palette arbeiten und andere rüsten oder wir können im Wechsel Sachen ausspannen und bearbeiten. Wir haben einmal hinter mir in der Bildschirm, da wählt man die Palette an, die man haben möchte. Der Roboter holt die dann rein. Der Roboter wechselt dann automatisch, wenn das Produkt fertig ist, die Palette raus und holt sich die nächste Palette rein. Wir können Edelstahl, Stahl, Guss, Aluminium, Kunststoff, teilweise haben wir für die Medizintechnik auch Titan, was wir bearbeiten. Dann können wir eigentlich alles Mögliche, was es auf dem Markt so gibt, bearbeiten. Die Vorteile für den Kunde ist, dass wir die Rüstzeiten optimieren, da wir die Vorrichtung aufgespannt lassen in dem Palettensystem. Und wenn der Kunde Neuteile bestellt, können wir direkt wieder einwechseln und direkt starten. Momentan ist die Maschine auch relativ neu und ist generell für die Mitarbeiter noch etwas Neuland. Aber wir werden geschult und wir probieren auch vieles selber aus. Und es macht schon Spaß, wenn man nicht mehr jedes Mal den Schraubstock mal runterbauen muss oder aufbauen muss, sondern einfach die Palette einwechselt und innerhalb von einer Minute den Schraubstock schon fertig drauf warnt und ein Teil einfach nur einspannen muss und abnullen und starten kann. Man will sich ja auch immer weiterentwickeln und man muss ja mit dem Fortschritt auch gehen. Und gerade bei Spallegg wird der Fortschritt ja auch sehr groß geschrieben. Und gerade bei Spallegg wird der Fortschritt ja auch sehr groß geschrieben.